In diesem Tutorial werde ich eine sehr schnelle Methode zeigen, wie man die LN-Funktion ableiten kann, beziehungsweise wie man mit Hilfe der LN-Funktion Stammfunktionen bilden kann, mit nur einer Formel, die man vorwärts und rückwärts anwendet. Wir fangen natürlich mit Ableiten an und für den Anfang nehmen wir einfach die LN-Funktion. Ich werde euch auch gleich die Formel verraten, und zwar hier rechts. Also, wir haben die LN-Funktion, und LN-Funktionen sind immer verkettet. Das bedeutet, es gibt eine äußere Funktion, das ist die LN selbst, und eine innere Funktion, hier mit grün dargestellt, U von X. Wenn man das Ganze ableiten möchte, dann ist die Ableitung eine gebrochen nationale Funktion, also ein Bruch, wo oben im Zähler die Ableitung der inneren Funktion steht, hier mit Rho dargestellt, also U' von X, und unten im Nenner einfach nur die innere Funktion abgeschrieben. Und genau diese Formel versuchen wir jetzt auf unsere Funktion hier anzuwenden. Also, wir haben dann an dieser Stelle einfach mal F' von X ist gleich, dann kommt unser Bruchstrich. Im Zähler oben die innere Ableitung, X abgeleitet ist ja 1, und im Nenner wird einfach das X abgeschrieben. Also, LNX abgeleitet ist 1 durch X. Wie können wir die ganze Sache ein bisschen steigern? Naja, wir können ja die innere Funktion ein bisschen vergrößern. Das bedeutet, wir fangen mit der gleichen Taktik an. F' von X ist gleich, dann kommt erneut unser Bruchstrich. Der Zähler ist dann 3X minus 4 abgeleitet, sind dann 3, und der Nenner, da werde ich einfach diese innere Funktion nu abschreiben. Das ist die Ableitung von LN-Funktionen. Okay, eine kleine Veränderung kann man hier noch vornehmen. Gehen wir davon aus, vor der LN-Funktion steht noch eine Konstante, zum Beispiel in diesem Fall eine 2. Dieser konstante Faktor wird einfach mitgenommen in der Ableitung. Das bedeutet, ich quetsche ihn auch hier dazwischen rein. Und wenn wir das Ganze dann zusammenfassen, wird die 2 mit der 1 multipliziert, und dann haben wir 2 durch X. Und genauso können wir es auch hier unten machen. Wir können ja sagen, hier davor steht eine 5, und die wird beim Ableiten auch mitgenommen. Die quetsche ich jetzt auch hier rein. Und zusammengefasst hätten wir dann hier an dieser Stelle 15 durch 3X minus 4. Das bedeutet, damit können wir auch unsere allgemeine Formel erweitern. Wenn vor LN sich eine Konstante befindet, ich bezeichne sie jetzt mit klein a, dann wird sie natürlich auch mit übernommen, und die steht dann auch vor der Ableitung. Als nächstes schauen wir uns natürlich die Stammfunktion an. Wir betrachten nochmal unsere Formel von vorher. Also, wir haben hier klein f von X gehabt, rechts bei der Formel abgebildet, und wir haben es abgeleitet, dann wurde das zu f' von X. Natürlich kann man das auch rückwärts formulieren. Wir sagen, unser f' von X ist dann klein f von X. Dann wäre klein f von X dann entsprechend groß f von X, oder die Stammfunktion. Also, wir wollen jetzt diese Bruchfunktion hier aufleiten, oder die passende Stammfunktion bilden, und dafür formulieren wir die Formel wie folgt. Also, klein f, unsere Ableitung von vorher, ist jetzt unsere Anfangsfunktion, und die Stammfunktion ist dann die LN-Funktion. Okay, der Trick ist zu erkennen, dass im Zähler die Ableitung des Nenners existiert. Also, u' von X über u von X muss da stehen. Und das können wir auch hier an unserer Funktion ganz gut erkennen. Also, oben im Zähler steht ja 2, und 2 ist die Ableitung des Nenners. 2x minus 1 abgeleitet sind ja 2. Das bedeutet, wir können die Formel anwenden und sagen, Groß f von X ist dann entsprechend LN, und im Betrag kommt dann einfach 2x minus 1. Wieso Betrag? Die Betragsstriche sind eher symbolische Natur. Eine LN-Funktion existiert natürlich nur für positive Werte, also im positiven Bereich. Deshalb müssen wir gewährleisten, dass diese Funktion auch existiert. Also, wir brauchen diese Betragsstriche. Und am Ende natürlich plus C. Das Ganze kann man auch noch ein bisschen weiterführen. Ich habe hier noch ein anderes Beispiel genommen. Auch hier können wir, glaube ich, ganz gut erkennen, 2x² minus 7 abgeleitet sind ja 4x. Also, kurz gesagt, im Zähler steht wieder die Ableitung des Nenners. Daher können wir dann erneut die Stammfunktion bilden. Das ist dann LN, Betrag von 2x² minus 7. Und dann am Ende noch plus C. Die ähnliche Vorgehensweise mit der Konstante können wir auch hier übernehmen. Das bedeutet, wenn vor der Ableitung hier eine Konstante steht, beispielsweise, wenn hier noch eine 3 davor wäre, können wir dann auch hier übernehmen und sagen, 3 LN von 2x minus 1. Genauso auch hier unten. Also, wenn hier eine 5 davor wäre, können wir auch hier die 5 reinquetschen. Und das bedeutet, die Formel hier sind auch erweiterbar. Also, wenn vor der kleinen f eine Konstante ist, die wird dann natürlich auch vor LN auftauchen. Wie ihr sehen könnt, es handelt sich wirklich nur um eine Formel, einmal vorwärts, einmal rückwärts angewandt. Und wir werden jetzt gleich anhand von Beispielaufgaben sehen, wie wir das auch für komplexere Stammfunktionen benutzen können. Bevor wir zu weiteren Beispielaufgaben gehen, will ich euch noch kurz die saubere Formel zeigen. Also, zum Ableiten haben wir die linken Formeln benutzt, zum Ableiten die rechten. Und für Studenten eventuell die rechte Formel für die Stammfunktionbildung noch als unbestimmte Integral dargestellt. Also, beim Bedarf. Da ist in Bezug auf die Ableitung der LN-Funktion nichts weiteres zu sagen, gibt, als ihr schon in den Beispielen davor gesehen habt. Will ich jetzt bei den nächsten Beispielaufgaben mich nur auf Stammfunktionen beziehen. Und da schauen wir uns die Kategorie Schlimmer geht's immer. Als Hilfestellung habe ich nochmal rechts die Formel abgebildet. Und die erste Aufgabe, die wir jetzt anschauen, ist die hier. f von x ist gleich 6 durch 2x-1. Als erstes sollte euch auffallen, dass die Regel, die wir vorher besprochen haben, beim ersten Blick nicht mehr gilt. Das bedeutet, im Zähler steht nicht die Ableitung des Nenners. 2x-1 abgeleitet an dieser Stelle wäre 2. Aber das ist ja nicht weiter schlimm. Meistens gilt es, was nicht passt, kann passend gemacht werden. Das bedeutet, wir können diese Funktion ein bisschen anders darstellen, indem wir einfach diese 6 entsprechend zerlegen. Also wir erinnern uns, 6 ist ja nichts anderes als 3 mal 2. Die 3, die wir nicht brauchen, ziehen wir nach vorne. Und dann lassen wir nur die 2 im Zähler. Und wenn wir jetzt unser Bruch anschauen, dann passt es wieder. Also im Zähler steht tatsächlich die Ableitung des Nenners. Das bedeutet für uns, wir können problemlos die Stammfunktion mit der Formel bilden. Also die Konstante 3 wird einfach mitgenommen. Und dann haben wir entsprechend Ln von 2x-1 und plus c. Mit einer ähnlichen Taktik gehen wir auch an dem nächsten Beispiel dran. Hier ist es teilweise noch nerviger. Und zwar oben steht nun eine 1. Die 1 kann man nicht so leicht zerlegen, wie man es passt. Deshalb müssen wir uns erstmal überlegen, was wir eigentlich oben für eine Zahl bräuchten. Also das wäre natürlich eine 4, 4x plus 3 abgeleitet, sind 4. Die schreiben wir auch hin, statt dieser 1. Also ich habe dann 4 durch 4x plus 3. Das Problem, was dabei entsteht, ist die Tatsache, dass wir jetzt die Funktion verändert haben. Also wir haben eine Zahl dazu getan, die gar nicht gegeben hat. Um das wieder zu korrigieren, diesen Fehler sozusagen wieder zu korrigieren, müssen wir vorne hier mit dem Kehrwert dieser Zahl multiplizieren. Und zwar wie so. Beim Zusammenfassen könnt ihr euch so vorstellen, diese zwei Vierer kürzen sich weg. Dann haben wir wieder die Anfangsfunktion. Und nach dieser Erweiterung, jetzt passt es wieder. Im Zähler steht tatsächlich hinten die Ableitung des Nenners. Daher lautet unsere Stammfunktion, Groß f von x, ist anders als ein Viertel, mal ln von 4x plus 3. Und damit wäre dieses kleines Problemchen auch erledigt. Und noch ein Beispiel an dieser Stelle. Klein f von x ist jetzt 2 durch x. Auch das werden wir dann entsprechend sozusagen ändern oder zerlegen. Wir bräuchten oben im Zähler eine 1. Deshalb ziehen wir die 2, die wir da haben, nach vorne. Natürlich ist 2 mal 1 wieder 2. Und dann passt es wieder hinten beim Unserbruch. Also wäre die Stammfunktion dann einfach 2 ln von x. Und natürlich plus c. Diese Aufgaben hier waren auf Abiturniveau und natürlich auch eine gute Grundlage für Studium. Allerdings geht es noch schlimmer. Ihr merkt, sogar die Formel hat sich geändert. Wir haben hier rechts ein unbestimmter Integral. Das ist ja nichts anderes als die Darstellung im Studium oder im Grundstudium für Stammfunktionen. So sieht unsere erste Aufgabe. Und das Einzige, was sich wirklich ändert, ist nun die Tatsache, dass die Funktionsterme größer und hässlicher werden. Durch genau das Hinschauen kann man auch hier eigentlich ganz gut erkennen, dass in Zähler die Ableitung des Nenners steht. Also entsprechend ist dann praktisch hier e hoch 3x abgeleitet 3e hoch 3x und x abgeleitet ist 1. Das bedeutet für uns, unsere Stammfunktion sieht dann entsprechend so aus. ln von e hoch 3x plus x und natürlich am Ende plus c. In unserem zweiten Beispiel ist diese Eigenschaft noch schwerer zu erkennen. Also wenn man den Nenner anschaut und den Zähler, dann kann man vielleicht nicht auf Anhieb sehen, dass im Zähler die Ableitung des Nenners steht, da wir im Nenner teilweise eine verkehrte Funktion haben. Also dann versuchen wir es hier an der Seite nachzuvollziehen. Also ich werde jetzt einfach nur diesen Nenner hier ableiten. Wir erinnern uns, Sinus abgeleitet ist Cosinus. Das ist ja die äußere Funktion. Also wir haben Cosinus von x hoch 2. Und dann kommt nochmal die innere Ableitung. Die innere Ableitung bedeutet, x hoch 2 abgeleitet sind 2x. Die minus 2 fällt natürlich weg. Und spätestens jetzt könnt ihr gut erkennen, dass im Zähler wirklich die Ableitung des Nenners steht. Das bedeutet, die Stammfunktion würde dann wieder lauten ln von Sinus von x² minus 2 im Betrag und plus c. Und natürlich zum Schluss noch die extra Wurst. Wir wollen Tangens x aufleiten. In erster Reihe müssen wir uns erinnern, dass Tangens eigentlich nichts anderes ist, als Sinus durch Cosinus. Also Tangens x ist umgeschrieben Sinus x durch Cosinus x. Gut, das bringt uns für den Anfang nur teilweise weiter, weil wenn wir dann diese Funktion umschreiben als Sinus x durch Cosinus x ist, ist ja jedem klar, dass Cosinus abgeleitet nicht Sinus ist. Also da fehlt noch was. Und zwar Cosinus abgeleitet ist minus Sinus. Also wir bräuchten hier oben noch ein Minus-Vorzeichen. Den ergänze ich einfach so, aber natürlich dadurch verändere ich die Funktion. Den muss ich wieder aufheben. Aus diesem Grund setze ich nochmal vor dem Integral ein Minuszeichen, weil minus minus Plus ergibt. Damit neutralisiere ich dieses Minuszeichen. Und nach dieser Ergänzung passt das natürlich wieder. Das bedeutet, im Zähler steht tatsächlich die Ableitung des Nenners. Also lautet die passende Stammfunktion dazu, nicht anders als minus Ln von Cosinus von x. Und natürlich plus c. Natürlich gibt es noch weitere wichtige Regeln zur Bildung von Stammfunktionen, vor allem für das Grundstudium. Darunter Integration durch lineare Substitution oder nur durch Substitution. Auch das Integrieren mit Hilfe der partiellen Integration ist von großer Bedeutung, sowie Integration durch Partialbruchzerlegung. Tutorials zu all dieser Themen findet ihr jetzt gleich auch im Abspann. Vielen Dank.